So, da sind wir wieder. Gleis, da sind wir. Gleis, da sind wir. Gleis 4. Wir haben anscheinend ein alteres älterer Zug. Ja, wo ist die nächste Toilette hier? Nee, der dritten gibt's hier quasi nicht. Aber ganz da hinten. Also in Richtung Ausgang. Oben? Auf dem Bahnsteig? Nein, auf dem Bahnsteig gibt's keine Toiletten. Also. Aber wo? Aber unten. Dann geh ich mal auf Toilette. Nach dem... Nach dem... Nach dem ganzen Übergang. Muss ich aber so. Hier kommt ein... Gild-Friedmühle mit GNS. In den... GNS-A5. Neue A8. Schnell. 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 Vor der... Brems. Also. Er wirklich zu trennen. Schnell. 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 Vielen Dank.